Liebe Freunde, ich kann es auch kaum glauben, was ihr hier vor euch seht, ist nämlich die Lieferung meines Buches. Das heißt, zu meinen 1500 Büchern, die ich habe, kommen jetzt noch 550 dazu. Am Montag sind die eingetroffen, frisch gedruckt aus Transsilvanien. So sieht das Buch aus. Wir können hier das Cover sehen. Es ist wirklich genau so geworden, wie ich es gerne haben wollte. Ohne Gnade, ein Karpatenkrimi, direkt gedruckt in Transsilvanien. Ich bin sehr, sehr glücklich und ich lade euch alle ein zu der ersten Lesung. Die erste Lesung, die ist am 29.11.12 Uhr im Bürgerhaus Reisholz. Die zweite am 5.12.18.30 Uhr, Pinkherr, Tussmannstraße 3. Und die dritte ist dann am 8. Januar 11 Uhr in der Stadtteilbücherei Flingern hier in Düsseldorf. Alles Liebe. Tschüss. Meine ab 6.15 Uhr. Und das ist dran liefer. Und das ist dann am 9.11 Uhr im Bürgerhaus Reisholz. Wie lange Heil Million.